Musik Wir sind heute beim Branchenphialog Hotellerie, Gastronomie und Tourismus in Bluedenz unter der Schirmherrschaft des Landeshauptmanns und auch der Landesräte. Die heutige Veranstaltung hat eindrücklich gezeigt, dass Vorarlberg nicht alleine ist. Wir sind ja auf dem Weg zur inklusiven Region für das gesamte Land. Wir haben mit dem Dafür in Vorarlberg eine sehr gute Serviceorganisation und natürlich einige Pilotprojekte wie zum Beispiel das Hotel Viktorsberg, wo wir wirklich sehen, wie viel Freude und wie viel Nutzen das Ganze bringen kann für alle, die dort einkehren, aber auch für alle, die dort arbeiten. Die Firma dafür stellt das Bindeglied zu Vorarlberger Wirtschaft in der Beschäftigung von Personen mit Benachteiligung her. Wir vermitteln im Jahr knapp 400 Personen in unterschiedlichste Betriebe. Wenn das Unternehmen Menschen mit Beeinträchtigung als Zielgruppe wahrnimmt, dann können wir Unternehmen entsprechend bei der Suche und bei der Einarbeitung unterstützen. Die Mitarbeiter in der Gastronomie und die Unternehmer, die müssen dafür sorgen, dass die Gäste Freude haben, Lebensfreude, wenn sie Urlaub machen. Und das müssen wir allen Mitarbeitern wiedergeben. Und da bekommen wir sehr viel zurück, auch von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen. Das habe ich selber erlebt. Unser gemeinsames Ziel muss lauten, hier kontinuierlich weitere Schritte zu setzen. Dafür ist auch der Austausch zwischen Pionierbetrieben, interessierten Unternehmen und Betroffenen besonders wichtig. Wie fast jedes Jahr haben ca. 80% der Vier- und Fünf-Stern-Betriebe noch nicht ihre Facharbeiter für die Wintersaison beieinander. Wir werden also darauf achten müssen, gerade in Anbetracht des Fachkräftemannes, dass wir alle Menschen mit einbinden, sie dann gut begleiten, damit das im Prozess funktioniert. Und ein Mensch mit Beeinträchtigung bringt sicher noch einmal einen wertvollen Mehrwert für das Team mit. Das Positive an meinen Mitarbeitern ist, dass sie für den Betrieb klühen, dass sie mir nachts um Zähne anrufen, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas ist schiefgelaufen, dass diese Menschen von den Möglichkeiten irrsinnig wachsen. Das Besondere sind wirklich sehr loyale Mitarbeiter und die nehmen Teilarbeiten, die andere Mitarbeiter normalerweise machen ab. Wir sind im Haus derzeit ca. 50 Mitarbeiter, haben drei Mitarbeiter mit Beeinträchtigung. Die sind verteilt auf Housekeeping, Technik und dem Bäderbereich und da haben sie so weit integriert, dass niemand eine Benachteiligung ansieht. Ein Hotel, das wir heute präsentieren, ist ein barrierefreies Hotel, das das Potenzial entdeckt hat, einerseits Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und andererseits Menschen mit Behinderung als Kundinnen anzusprechen. Unsere Rolle als Sozialministerium Service ist es hier sowohl finanzielle Förderungen bei den Gehältern zu leisten, allerdings auch alle anderen Unterstützungen, beispielsweise Umbau von Arbeitsplätzen, aber auch eine barrierefreie Ausstattung zu ermöglichen. Wir als Betrieb sind sehr dankbar für die Begleitung durch die verschiedensten Institutionen und natürlich auch für die Förderung des Land Vorarlbergs. Ich würde mir wünschen, dass mehr Betriebe diese Hilfe in Anspruch nehmen und Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance geben. Wir wünschen uns, dass man sich traut, auch sich diesem Thema zuzuwenden, unsere Unterstützung in Anspruch nimmt und dann gemeinsam zu einer Inklusion kommt. Ich würde mir wünschen, dass Inklusion kein Thema mehr ist, weil sie selbstverständlich ist und dass es in unserem Alltag einfach normal wird. Möchtung! Vielen Dank.